Part 2 Silver Snow Harpstring Moon The Impregnable Fortress Uneinnehmbare Festung? Okay, Spiel vorbei. Okay. Ah, William Schindler zieht aber die Spiellogik nicht vor. Ding! An emergency in Grander Field! There's a… it's… We are in the middle of a military conference. Please, calm yourself and tell us what is the matter. Yes, sir. It seems the Kingdom and Alliance Armies clashed with Imperial Forces on Grander Field. Amid the chaos of three armies battling each other out there, the Imperial Army was routed. Edelgard sustained heavy wounds and retreated to Enbar. Well then, I suppose... Sir, the Kingdom Army was also decimated and His Highness Dimitri has been counted among the dead. What? The Alliance sustained heavy casualties as well, and the whereabouts of their leader, Claude, is currently unknown. Unknown? I... Edelgard is schwer verwundet, Dimitri is dead, gut Dimitri haben wir gerade erst erfahren. Claude is verschollen. It must have been a brutal fight. Missing. Let us hope the Master Tactician's great mind is not forever lost to this world. Our only solace is that Edelgard sustains severe injuries. This is all quite unexpected, but we must find a way to use this situation to our advantage. The Empire's main force has suffered a mighty blow. Edelgard will most certainly avoid the front lines. Now is the time for us to infiltrate the Empire and aim for the capital. But, what will happen to the Lords of the Old Kingdom and Alliance territories? They have lost many leaders and soldiers. I'm sure they must be hard at work rebuilding. We will foster cooperation by aiding them through the local churches. The rest of the Lords of the Kingdom and Alliance must join together to form one union. And you should be the one to lead them. What do you say? Das kann ich jetzt noch nicht entscheiden. Indeed, it is a question for another day. We must focus on our battle with the Empire. For now, what is our next course of action? Wir ziehen los. Wir überlegen uns, wo wir als erstes einfallen. Wir müssen ein Platz in dem Empire geben, das uns soliden Defensivungen für unsere Frontline geben. Das wird das Foto für unsere Invasion des Kapitels geworden sein. Es ist ein massives Fortress, das die größten Defensivungen im Empire gibt. Fort Mercius. We will stand no chance if we attack by traditional means. We must gather everyone and devise a plan of attack. Okay. Stadtrand und Nacht. It has been a lifetime, hasn't it, Professor? Was? Dimitri? Oder Claude? Ich dachte, du wärst tot. Dimitri! Es muss einen Grund geben, dass du noch lebst. Oder du kannst immer noch für deine Sünden büßen. Das ist Bullshit. Muss einen Grund geben, dass du noch lebst. Du klingst einfach wie Rodrigue. Ein Grund. Jeder gibt mir so komplizierter Hinweis. Und ich kann es nie ganz gut verstehen. Das ist, warum... Professor? Ich kam hier, um meine Entscheidung zu erklären. Ich bin nicht zufrieden, um die Khmärume zurückzunehmen. Was kann ich nicht zählen? Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden, keine Schleуска. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Wo ist der hin? Nein. Da bin ich da wirklich, wirklich, wirklich falsche Typ dazu. Oder Typ ja nicht. So, ein neuer Monat. Erkunden. Na, Saucis? Noch immer keine Saucis. Warte, immer noch drauf, dass der nochmal blub macht. Hallo, Gaspar. Oh, aber ich will da mal zu schnell. Ja, das ist noch voll. So, da oben drin ist keiner. Haben wir denn? Schwarz-Magie-Turnier für Kenner. Würde ich doch sagen. Zauberstab? Zorazia, go. Go. Hä? Es ist ja Donner. Warum hat der Blizzard? Das ist doch beschiss. Das ist ja ein viel stärkeres Attack als wir. Wind. Warum darf ich nur mit Donnern zuhauen? Ja, toll, hat aber jedes Mal getroffen. So viel zum Thema 63% Treffer schafft. Leider, wir will nicht wieder durchkommen. Geile, trotzdem beschützt. So, hoffen wir mal. Alter, das wird sie nicht überleben. Ich hab Zeilen vergessen. Na, beim nächsten Hit bin ich weg. Jetzt hauen sie mich weg. Ah, schade. Hättet ihr vielleicht mal vorher so einen Stab geben sollen, ne? Oh je. Wir haben ja eine ganze Menge Gespräche. Ah, Questamau wieder. So, laufe mal da so heute. Können wir erstmal da vorne rumlaufen? Ja. Ja. All the house leaders from way back when assembled again at Grondor. I wonder what their thoughts were as they headed out to the battlefield. Hmm, who knows? You see? You know, Professor, laying siege to a keep is like asking a girl out on a date. First, you get past your defenses, then you make your move. Hahaha, ja. Das ist kein besonders glücklicher Vergleich. I know, I know what I'm talking about. I'm a season veteran at this kind of thing. Girls, I mean. I've never actually, you know, captured in the keeps. Anyway, you know more about tactics than me. So, I don't know why I'm offering you advice. Hmm. Halt, liegt da vielleicht was rum? Ah. Mandeltier. I have excitement in my heart for secret tactics. I enjoy attacks that are surprising. Yes, hunting is doing surprise attacks on prey. Surprise attacks are safe with friends. Fewer injuries. Hmm, okay. Hmm. Hmm. Ah, da haben wir noch was. Hmm. I've come to deliver vegetables we harvested in the village to the monastery's dining hall. Dankeschön. Because of the season, I couldn't really pick that much. But I wanted to help the church out, even just a little bit. We're busily planting seeds. So when things start to grow, I'll be back. Dankeschön. Und get the Flügel. So, erstmal ernst. Ah, fast. So, Gemüse. So, Gemüse. Spräude. Obst. Und rote Samen. Gefällt ihm sicher wieder nicht. Was, da ist gar nichts. Hier ist was. Oh, es wurde langsamen. Okay. Na, da war drin. Nein. Da haben wir auch noch was. Bernie, komm mal her, du. Ja, Bernie, da musst du durch. Nee. Aber einfach wird's nicht. Oh. Oh, da haben wir wieder viel Motivationsarbeit vor uns. So, warte mal da. Drinnen haben wir noch einen. Wo versteckst du dich? Ja, so, da machen wir mal. Da warten wir erstmal noch, wie viel wir für Gespräche brauchen. So. Ja. Rockenalbinär, Herr Hering. Oh, da liegt ja noch was. Und eine Teichschnecke. So, na komm, mach mal deinen Rapport hier. Servus. Warum? Da gibt's mir Sicherheit einen Weg rein. Warum hab ich da oben jetzt auf einmal wieder. So, Südflüchte.de. Hatten wir schon. Hallo. Die Fische in diesem Pond werden jeden Tag gefeiert. so they're swimming all lazy and serene but the only reason they're kept here is so that they can one day be used for food but the fish don't know that so they just swim around happily it's a bit of a miserable thought but aren't soldiers much the same mhm guter vergleich tatsächlich oh verdinet sind anführer nicht auch nur normale menschen haben anführer etwa keine gefühle true enough but I suspect the reason he died is that he could not keep his emotions in check I see you are saying you met with Dimitri but you could not tell if it was reality or a dream hmm I wonder what that could mean ah ich mich auch mehr haben wir da nicht gehen wir da rum okay haben wir gar keinen da oben drin haben wir den well according to information we received from the eastern church the alliance territory seem to be experiencing intense upheaval tschuldigung na klar wenn da der anführer vermisst wird their leaders well being is still unclear and the lords are all questioning each other's intentions it seems like a difficult time to ask the alliance for assistance wird man nicht gerne tatsächlich ich lerne es mal noch irgendwo hier war einer hier kathrin also ich guck dieses verlorenheit im simbolo dass ich die motivation sehe als tipp angst vor der schlacht immer wenn ich an die bevorstehende schlacht den kitzel mir die knie ich habe solche angst verletzt zu werden oder schlimmeres gibt es vielleicht ein kraut das meine nerven beruhigt klingel so was will er denn okay dann kraut müssen wir finden lena mhm den hatte ich auch mhm den hat ich auch denn sie machen in der regel gibt es den Nobody is perfect, auch keine Festung. Und laufen wir mal da rein. Vorbeigelaufen. Um die Revenz zu all unseren fallenen Freunde zu bekommen, müssen wir unsere Leben auf der Kampf, die vor uns liegt. Es ist egal, wie stürz du sie hältst. Wenn der Kommandant ihn schlägt, ist es unkompetent. Es kann so leicht fallen wie alles. Das ist, was sie sagen. Ich weiß nicht, ob das an Fort Mercius verwendet wird. All das ich weiß ist, wenn ich der Herr war, hätte ich nie in ein Millionen Jahren einen unkompetenten Kommandant zu bekommen, um so wichtig zu bekommen. Da ist auch was dran. Allerdings haben wir noch keine Ahnung, wer da draufholt, ne? Wirklich? Oh, mach auf das Loch. Servus. Servus. Oh. Ich bin hier, nachdem ich aus dem Empire getrunken bin. Es gibt noch keinen Ort für unsere Kindes. Aber es gibt noch viele in dem Empire-Territory, die nicht in der Kirche nicht verabschiedet haben. Ich wünsche mir, dass wir einen Tag eine Chance bekommen, die Kirche innerhalb des Empire. So, haben wir den hier? Na jetzt, Entschuldigung. Wir sehen uns bald wieder. Professor! Professor, ich habe gehört, dass ein riesiges Anzahl von Menschen verloren hat in der Krieg in Grondor. Und hier sind wir. Wir vorbereiten für die nächste Krieg, als ob nichts passiert, den Tag vorhin. Es ist fast einfacher, um die Krieg als Theater zu denken. Mit dem Spiel, einem gesamten Kontinent. Darsteller sterben, doch das Schauspiel geht weiter. Na, so kann man es auch sehen. So, wo, 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 wo. Blinkgebältet, da ganz unten. Blinkgebältet. Okay, dann gehen wir jetzt mal da hoch. Oh, da ist er. Die Battle at Grondor Field certainly took an unexpected turn, did it not? Let us press on, so as not to waste the opportunity. Fort Mercius is a keep that was constructed to defend the Imperial Capital, Enbar. We cannot enter the capital without first capturing that fort. Once we have it, the city should be almost entirely at our mercy. I will make the necessary preparations. Be ready. I have something to ask you. Quest. Wir arbeiten an der Beschaffung weiterer Ressourcen und könnten Hilfe gebrauchen. Well done. You have my thanks. Bitte schön. Wie viele Reparations haben wir gerade gekriegt? Waren da 300 oder 3000? Waren da 300 oder 3000? Wahrscheinlich 300, ne? Du könntest die Bewegung des Feindes vorher sagen? Du könntest unser aller Ziel schnell ausmachen Zum Beispiel So, gehen wir da drüben Gilbert auch gefallen Aber er hat es ja vorausgesehen Was habe ich? Ich habe gar nichts gemacht Ah, sie ist voll So Die Laberkadabra haben wir überall Dann gehen wir nur da runter Lavendelgras Kraut mit kleinen violetten Blüten Sein beruhigender Duft hilft gegen Stress Gottmann sein Daraus kann man einen wirksamen Beruhigungstee kochen Ach, der Duft allein beruhigt einen schon Vielen Dank Jetzt bin ich wieder kampfbereit Bitteschön Lavendelgras einmal erhalten Oh, hier bist du auch runter Liegt da vielleicht irgendwo was Oh, da lag doch auch öfter mal was Ne, auch nicht Oh, da muss ich mal Also, ne, erst hier googeln Drei, vier Fünf, sechs Ey, das haben wir eigentlich Haben wir schon Ah, wir machen mal trotzdem Birdie and Bernie Also, wir machen mal die zwei gleich mal Ja, dann geht's jetzt fertig Bitte, bitte Bernie Danke schön So Nice Dankeschön Deine Aktivitätspunkte für den Unterricht Und das Erkunden des Klosters wurden erhöht Die Anzahl der einsetzbaren Adjutanten wurde erhöht Dein Rezeptbuch für Kochen wir gemeinsam wurde erweitert